Floh im Ohr, 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 yeah. Ein flohstarkes Hallo, meine Lieben. Ich habe mir eine weihnachtliche Klanggeschichte für euch ausgedacht. Ihr könnt sie auch unter www.flohimohr.tv downloaden. Ja, und ich hoffe, sie gefällt euch. Ihr braucht vier Klangbausteine mit C, E, G und dem C3, also C2, E2. G2 und C3. Falls ihr keine Klangbausteine habt, dann könnt ihr auch Triangel benutzen oder andere helle Klänge. Sie sollen einfach die Kerzen darstellen, die vier Adventskerzen. Ihr braucht noch ein Glockenspiel und Glöckchen. Komm, wir machen uns bereit. Jetzt beginnt die Weihnachtszeit. Ohne Kerzen geht es nicht. Wir zünden an das erste Licht. Und es dauert nicht mehr lang. Da ist auch schon die zweite dran. Eine Woche später dann machen wir die dritte an. Danach geht es meist ganz schnell. Die vierte Kerze leuchtet hell. Nun klingeln Glöckchen aus der Ferne. In den Fenstern leuchten Sterne. Schau mal, wie es funkelt dort. Überall, an jedem Ort. Der Weihnachtsmann, er ist bereit. Die Rentiere sind auch soweit. Sie warten schon am Schlitten. Dort kommen sie geritten. Ho, ho, ho. Klingt's in der Nacht. Ich bin davon aufgewacht. Endlich ist es nun soweit. Frohe Weihnacht weit und breit. Ja, ich hoffe, wie gesagt, die Klanggeschichte hat euch gut gefallen. Ihr könnt sie euch downloaden mit Text und Anweisungen und pipapo unter www.flohimohr.tv. Und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen bis dahin, ein Floh im Ohr lauert überall. Tschüss. Schenke unserem Floh dein Abo. Das wäre absolut flohstark. Und besuche unbedingt unsere Website www.flohimohr.tv. Wir freuen uns auf dich.